Auch viele haben mich gefragt, was in unserer neuen Mystery Box im Wert von 100 Euro alles drin ist. Ich würde sagen, wir verpacken Joels Bestellung. Bleibt unbedingt dran, ich hab noch ein Special für euch. Als erstes packen wir in deine Mystery Box eine Packung Lucky Charms, die auch glutenfrei sind. Als nächstes gibt es eine Packung Ding Dongs von Hostess. Eine große Tüte M&M Popcorn. Eine kleine und große Packung Nerds, darf auch nicht fehlen. Ein Mike & Ike Tropical Typhoon. Rein damit. Als nächstes packen wir dir eine Packung Cheap Boys Chili & Lime in deine Mystery Box. Und eine Packung Cheap Boys Fire & Red. Lass du nochmal zum Vergleich zweimal originale Takis Blue Heat. Und eine Packung Takis Fuego 90 Gramm. Einmal Nerds Robe Rainbow und Nerds Robe Berry Berry. Wenn es der Sommer in Deutschland zurückkommen sollte, hast du von Jelly Betty nochmal ein paar Freezer Pops. Eine Packung Dr. Sour Cola Flavor. Eine Sour Pickle. Als nächstes eine Cola Peach. Ultra Eis Tee Naruto. Wartet mal ganz kurz. In die nächsten 100 Mystery Boxen packe ich genau einmal meine Nummer rein. Derjenige, der meine Nummer in der Box hat, bekommt einmalig 500 Euro von mir. Hatt mir einfach auf WhatsApp. Gibt es noch zwei Packungen Oreos für dich. Dreimal OGs. Liebes TikTok Team, das ist nur Schokolade. Einmal Samyang Buller Carbonara Rahmen. Eine Packung Sour Patch Kids Tropical. Als nächstes eine Packung Pocky Strawberries. Dann ein Red Bull Peach. Und zu guter Letzt packen wir dir noch ein Hot Chip in deine Mystery Box. Wenn auch du diese XXL Mystery Box probieren möchtest, check den Link in der Bio. Und einer von 100 Leuten wird mir auf WhatsApp schreiben. und eine Weile ό that we can. Die